Es ist endlich wieder Sonntag, Sonntag, der 28. Mai. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Börsenbrudi-Podcasts, der Podcast über Immobilienaktien, Wirtschaft und mehr. Immer sonntags gucken wir auf den Immobilienbereich. Heute schauen wir aber auch auf das Thema Fußball, zumindest kurz zum Beginn des Podcastes, denn bei dem Thema Fußball und Fußball-Bundesliga muss man sagen, ja, auch da besteht ein Zusammenhang mit Immobilienaktien. Wir sind beim Thema Sponsoring angekommen und passend zum Saisonende gestern der Fußball-Bundesliga müssen wir da heute mal drauf eingehen. Vonovia hat hier nämlich eine neue Meldung veröffentlicht. Wir gucken aber auch auf das Thema Mietentwicklung und ob die Löhne überhaupt noch so schnell wachsen in den nächsten Jahren wie die Mieten. Und Roundtown, ganz großes Thema. Wir gucken auf das Unternehmen aus dem Gewerbeimmobilienbereich, denn in der kommenden Woche gibt es neue Zahlen und einige Neuigkeiten von Roundtown gibt es ebenfalls. Wie immer am Anfang des Podcastes aber der Hinweis, das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Jeder muss für sich eigene Anlageentscheidungen treffen. Und wenn wir hier über einzelne Aktien eben vor allem aus dem Immobilienbereich sprechen, dann sind das nur Ideen, nur Handlungsoptionen. Aber am Ende entscheidet jeder selber, ob man Aktien kauft, verkauft oder hält. Das müsst ihr ganz selber für euch entscheiden. Es war eine durchwachsende Woche für Immobilienaktien. Die vergangene Woche hat nicht wirklich einen klaren Trend aufgezeigt. Gewerbeimmobilienunternehmen doch teilweise stärker unter Druck geraten. Dann gab es aber auch mal den ein oder anderen Tag, die ein oder anderen Stunden, wo die Immobilienaktien wieder nach oben gegangen sind, wo dann doch Euphorie da war. Aber alles in allem, ja, war es eine Meldung ohne große Neuigkeiten im Immobiliensektor. In der kommenden Woche wird es dann nochmal spannend, wenn Roundtown seine Bücher öffnet. Dazu kommen wir später in diesem Podcast heute am 28. Mai. Vorher widmen wir uns, wie schon angekündigt, dem Thema Fußball. Und Fußball und Immobilienaktien, das hängt zusammen. Das sehen wir zum Beispiel beim VfL Bochum. Aber um bei Roundtown noch kurz zu bleiben, das haben wir auch in den letzten Jahren bei Union Berlin beispielsweise ebenfalls ja ein Erstliga-Fußballverein gesehen. Roundtown war sogar zeitweise auf den Trikots von Union Berlin vertreten. War ein, ja, ziemlich großes Sponsoring. Hat auch für einen relativ großen Aufschrei in der Fanszene gesorgt. Gerade in Berlin sind Immobilienkonzerne ja nicht sonderlich beliebt. Und als, ja, Muttergesellschaft aktuell von Grand City Properties, die ja auch im Raum Berlin viele Wohnungen haben, war das ein Sponsoring, das bei vielen Fans nicht so gut angekommen ist. Aber Roundtown hat es damit sogar, wie gesagt, auf die Trikots geschafft. Bei Vonovia ist man ebenfalls sehr, sehr engagiert in der Fußball-Bundesliga bzw. im Profifußball, nämlich beim VfL Bochum. Und der eine oder andere wird es wissen, die Konzernzentrale von Vonovia, die sitzt ja ebenfalls in Bochum und dementsprechend ist es ein Engagement ja in der Heimatstadt. Und man hat hier nun eine Verlängerung verkündet, nämlich am 24. Mai, sprich am Donnerstag war es soweit, kurz vor dem letzten Spieltag hat man angekündigt, dass man Liga unabhängig hier weiter mit dem VfL Bochum zusammenarbeiten möchte. Seit 2021 ist man ja auf dem Trikot von VfL Bochum vertreten. Vonovia, der Schriftzug, der ist auf jedem verkauften Trikot. Und wie gesagt, man ist ja vor allem auch im Ruhrgebiet sehr, sehr stark vertreten mit rund 60.000 Wohnungen in den unterschiedlichen Bereichen, auch natürlich in Bochum. In Bochum versucht man ja auch vor allem in Bochum weit mal, einem Stadtteil von Bochum, innovative Projekte durchzuführen und hier Forschungsarbeit zu leisten für den gesamten Immobilienbestand. Und wie gesagt, seit 2021 besteht nun die Zusammenarbeit, man ist Hauptsponsor vom VfL Bochum, das Stadion, das heißt mittlerweile Vonovia Ruhrstadion, also auch hier selbst der Stadionname, den man sich hier gesichert hat und man bleibt nun weiter auch auf den Trikots. Bis 2026 hat man nun verkündet, wird die Zusammenarbeit weiter gehen. Und wie gesagt, egal ob der Verein in der ersten oder zweiten Bundesliga spielt, ganz egal, Liga unabhängig, man bleibt weiter an der Seite vom VfL Bochum. Warum ist das Thema spannend? Nun, Immobilienaktien befinden sich seit geraumer Zeit im Abwärtstrend durch steigende Zinsen und steigende Baukosten. Ja, ist man an der Börse nicht wirklich der klare Favorit aktuell, um das mal etwas sarkastisch zu sagen. Natürlich hat der Immobilienbereich große Probleme. Und ein Unternehmen, das ein Teil der Miete in Sponsoring steckt, das muss sich immer mal wieder Kritik anhören. Jetzt ist es allerdings noch zusätzlich so, dass man in finanziellen Schwierigkeiten steckt, um eben Kredite bedienen zu können. Man muss Immobilienverkäufe tätigen und trotzdem hat man sich seitens Vonovia für einen weiteren Sponsoringvertrag beziehungsweise für die Verlängerung hier entschieden, um weiterhin auf den Trikots dann auch das eigene Logo da zu haben beziehungsweise das eigene Logo da weiter drauf gedruckt werden kann. Vonovia soll wohl pro Saison einen geringen einstelligen Millionenbetrag gezahlt haben. Das ist, um ehrlich zu sein, nicht viel Geld. Aber der VfL Bochum ist ja jetzt auch nicht ganz oben in der Fußball-Bundesliga. Und dementsprechend hat man sich hier jetzt dazu entschieden, weiter Sponsor zu sein. Wenn man auf den Gewinn von Vonovia schaut, um mal in den finanziellen Kennzahlen zu bleiben, dann muss man sagen, ja der Gewinn, der ist aktuell negativ, aber eben vor allem dadurch, dass Immobilienportfolien abgewertet wurden. Wenn man den Cashflow beziehungsweise die Mieteinnahmen nimmt, dann sieht man, dass man sich das Sponsoring locker leisten kann. Aber aktuell, wo jeder Euro trotzdem wichtig ist, stellt sich die Frage, ist das denn wirklich so eine kluge Idee? Und die abschließende Antwort, die wird es darauf nie geben. Denn Sponsoring, ja, macht natürlich erstmal eine Marke bekannt. Macht aber auch oder stellt aber auch Sympathien eben her. Sodass Fußballfans da nicht nur mit dem Verein, sondern auch mit dem Sponsor sympathisieren. Das kann einen positiven Effekt haben, muss es nicht zwingend, aber hier würde mich eure Meinung an der Stelle mal interessieren. Wie findet ihr es, wenn große Immobilienkonzerne wie Roundtown, mittlerweile ja zurückgefahren das Engagement bei Union Berlin oder eben hier Vonovia beim VfL Bochum, aber auch die CG-Gruppe, die beispielsweise hier aktiv ist im Sponsoring. Wie findet ihr das, wenn solche Konzerne, die aktuell in Schwierigkeiten stecken, trotzdem Fußballvereine sponsern? Ich sehe das Ganze zwiegespalten. Zum einen ist es natürlich in der Richtung eine perfekte Zusammenarbeit, weil es eben beides am Standort Bochum ist. Man damit sich natürlich in Bochum, ja, Sympathien verschafft. Es ist wichtig, dass hier die Stadt auch zum Immobilienunternehmen hält. Das Ganze erreicht man natürlich am leichtsten über den Fußball. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich immer auch sagen, wenn hier eben aktuell finanzielle Probleme bestehen, man muss eben Immobilien verkaufen, dann stellt sich natürlich die Frage, warum muss man hier jedes Jahr Anzahl X an Immobilien jetzt aktuell verkaufen, um das Sponsoring weiter bezahlen zu können. Ja, man kann sich das zwar locker leisten, auch in dieser schwierigen Phase aktuell, aber es bleibt dann doch ein kleines Geschmäckle übrig und deswegen eure Meinung zum Thema Sponsoring in schwierigen Zeiten im Immobilienbereich gerne unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht können wir uns da ein bisschen austauschen. Kommen wir nun zu einem weiteren Thema, bevor wir auf Around Town heute genauer schauen. Ansonsten nochmal der Hinweis für alle, die sich das gerade nur anhören, in der heutigen Podcast-Folge auch wieder einige Einblendungen im Hintergrund. Wer sich das also nicht nur anhören möchte, sondern auch anschauen möchte, gerade nachher bei Around Town kann das in dieser Podcast-Folge wieder gerne tun. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Mieten und Löhne. Und hier gab es in der vergangenen Woche eine sehr interessante Diskussion. Man spricht hier von sozialem Sprengstoff. Das sagt zumindest der Mieterbund, der natürlich einseitige Interessen vertritt. An der Stelle muss man das natürlich ganz klar dazu sagen, wie jeder Verband, ob es jetzt ein Sozialverband ist oder ein Immobilienverband. Man wird hier immer die Meinungen von einer Interessengruppe hören. Aber an der Stelle eine sehr interessante Debatte, ob denn eigentlich die Mieten in Zukunft stärker steigen als die Löhne. Beziehungsweise andersrum, der Mieterbund sagt, Löhne wachsen künftig eben deutlich langsamer als die Mieten. Und das ist eine interessante These, denn Zukunftsaussichten, die sind doch immer schwierig zu treffen. Prognosen können auch oft falsch liegen in vielen Bereichen. Aber es ist eine interessante These und wenn man sich zumindest die letzten zwei, drei Jahre anschaut, dann haben wir in Deutschland Reallohnverluste gehabt, wenn man eben die Inflation hier mit einbezieht. Trotzdem die Mieten, auch da muss man sagen, wenn man natürlich hier die Inflation einbezieht, dann haben wir auch bei den Mieten Real, ja Real Mietverluste, wenn man das so nennen mag, gehabt. Da muss man natürlich dann auch das gleich setzen. Das macht der Mieterbund hier an der Stelle natürlich nicht. Aber um fair zu sein, ja die Löhne, die wachsen aktuell. Es gibt hohe Tarifabschlüsse teilweise, zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Auch bei der Bahn steht ja ein Tarifabschluss noch aus. Es gibt aber auch viele weitere Branchen, die hier sehr, sehr gute Tarifabschlüsse ausgehandelt haben. Und da muss man sagen, in dem Bereich die Mieten anzuziehen, das wird dann doch eher schwieriger. Schaut man sich bei den Immobilienaktien aktuell die Mietentwicklung an, ich rede jetzt hier mal ganz bewusst nur von den Wohnungsunternehmen, dann muss man sagen, dass hier das Unternehmen mit dem stärksten Mietwachstum aktuell LEG Immobilien ist. Aber hier ist man trotzdem aktuell weiter unter 4% Mietsteigerung. Und auch da muss man bei dem einen oder anderen Unternehmen sagen, dass die Mietsteigerung vor allem dadurch erreicht wurde, dass man weiteren Leerstand abgebaut hat. Und das ist natürlich eine Kennzahl, die man hier eigentlich nicht einbeziehen sollte. Denn das betrifft am Ende die Bestandsmieter ja nicht, wenn sich der Leerstand verringert und dementsprechend mehr Miete beim Unternehmen ankommt. Generell ist es aber so, und das gehört zur Wahrheit mit dazu, und das habe ich hier auch schon in einigen Videos erläutert, ja, wenn es eine hohe Inflation gibt, steigen auch die Mieten. Die hängen allerdings deutlich hinterher, das heißt, wir haben ja den Höchststand der Inflation vor einigen Monaten gesehen und jetzt erst gehen die Mieten wirklich deutlicher nach oben, das Mietwachstum, als in den letzten Jahren. Das ist eine Entwicklung, die sich also langsam und immer verzögert darstellt. Aber es ist richtig, ja, die Mieten steigen. Das hängt zum einen mit Indexverträgen zusammen. Wenn hier in einem gewissen Zeitraum eine gewisse Inflationsrate erreicht ist, dann kann die Miete angehoben werden. Aber natürlich auch bei den anderen ganz normalen Mietverträgen ist es so, dass nun aktuell hier höhere Steigerungen erreichbar sind, als es in der Vergangenheit der Fall war. Die Inflation, die macht sich also auch bei den Mieten bemerkbar. Und ja, die Mieten, die werden stärker steigen, zumindest in den Städten, wo das Ganze durch Mietspiegel und durch die Umgebung beispielsweise möglich ist. Warum durch die Umgebung? Je besser eine Umgebung ist, desto höher kann auch das sogenannte Wohnumfeld bewertet werden bei der Mietsteigerung und dementsprechend höhere Mietsteigerungen durchgesetzt werden. Die Mieten, die steigen stärker und ja, die Löhne, die haben einen Reallohnverlust, so ist es richtig, in den letzten zwei Jahren erlitten. Aber man muss natürlich die Inflation, wenn, dann auch bei beiden Punkten ansetzen. Und wir haben aktuell ein Mietwachstum unterhalb der Inflationsrate. Also, teilweise sind wir aktuell in dem Umfeld, wo man sagen muss, die Löhne steigen deutlich stärker als die Mieten. Aber, das ist so eine These, da muss man ehrlicherweise sagen, das hängt ganz, ganz stark von der Stadt ab, von den Berufen ab. Ob jemand einen Tarifvertrag hat oder nicht, das sind am Ende immer Einzelbetrachtungen, die man hier treffen muss. Ob man hier wirklich so pauschal sagen kann, dass die Löhne deutlich schwächer steigen als die Mieten, da setze ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran. Das wird natürlich bei einigen so sein. Das wird in einigen Städten vielleicht vermehrt sein oder in einigen Berufsgruppen vermehrt so sein. Aber ganz allgemein würde ich das so noch nicht unterschreiben, auch wenn wir ja ein stärkeres Mietwachstum haben. Aber, wie gesagt, selbst bei der LEG liegt das Mietwachstum unterhalb der Inflationsrate und da muss man das immer mit in Betracht ziehen. Auch hier eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Glaubt ihr, dass hier die Mieterverbände recht haben, dass die nächsten Jahre für Mieter deutlich schwieriger werden? Oder glaubt ihr, dass auch hier im Bereich der Löhne sich viel tut und dementsprechend sich das Ganze ausgleicht oder man sogar tatsächlich mehr Lohn bekommt, als die Miete im Endeffekt steigt? Gerne eure Meinung unten rein. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Roundtown. Und hier gucken wir zuerst einmal auf eine Transaktion, die sich aktuell andeuten könnte, bevor wir dann uns das Unternehmen vor den Q1-Zahlen, die in Kürze erscheinen werden, nochmal genauer anschauen. Roundtown eruiert Milliardendeal für europäische Centerparks. Eine Meldung vom 25. Mai am Nachmittag und eine wirklich spannende Meldung, die wir nun hier vorliegen haben. Wir gehen mal rein und gucken in die Meldung der deutschen Presseagentur. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Roundtown erwägt zum Schuldenabbau Insidern zufolge den Verkauf eines Teils seiner Ferienparks in Europa. Roundtown habe die auf Immobilien spezialisierte Investmentbank Estedal Secured, jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, damit beauftragt, die unter dem Namen Centerparks bekannten Ferienresorts an den Mann zu bringen. Berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und bezog sich dabei auf informierte Personen. Einige Kaufinteressenten seien zu einer zweiten Bieterrunde eingeladen worden. Die Ferienresorts könnten Roundtown denen nach bis zu 1,1 Milliarden Euro einbringen. Daraufhin ist die Aktie dann erstmal gestiegen, aber auf Wochensicht sah das Ganze dann doch wieder anders aus. Es ging doch ordentlich nach unten, aber alles in allem eine wirklich spannende Meldung. Dazu zwei, drei Punkte von meiner Seite. Zum einen, wer sich fragt, Moment mal, seit wann gehört denn Roundtown das Unternehmen Centerparks? Das ist nicht so, sondern Centerparks ist tatsächlich ein Unternehmen, welches auch an der Börse gelistet ist. Es gehört aber dem Unternehmen Peer & Vacances und hier besitzt man eben unter anderem die Marke Centerparks. Was hat nun ein Immobilienunternehmen aus dem Gewerbebereich wie Roundtown mit Centerparks zu tun? Nun, das Konstrukt, das ist ganz einfach. Centerparks ist ein Parkbetreiber von eben den Namen, äh, von den Parks mit dem gleichen Namen eben Centerparks. Allerdings betreibt man das Ganze und vermarktet das Ganze über eine eigene Webseite und auch über, ähm, natürlich Reisebüros. Die Liegenschaften selber, die werden aber nicht von Centerparks betrieben, sondern von Immobilieninvestoren wie unter anderem Roundtown. Das Konzept ist also relativ einfach, wie bei der normalen Vermietung. Vermietet hier Roundtown die Ferienimmobilien an das Unternehmen Centerparks. Centerparks wiederum vermietet dann die Liegenschaften, die Wohnungen und Häuser an Ferienhausgäste. Und dementsprechend hat man seitens Centerparks, zumindest vor Corona, das Geschäftsmodell gehabt, dass man hier eben dann, ähm, ja, mehr Miete durch Gäste kassiert, als man Miete an Roundtown und Co. zahlen musste. Nun sagt Roundtown, obwohl dieses Geschäft tatsächlich aktuell wieder besser läuft, eben der gesamte Tourismussektor. Man möchte diesen Bereich verkaufen, vielleicht auch gerade deswegen, weil man hier Käufer, ähm, sieht. Es ist ja aktuell ein schwieriges Transaktionsumfeld und Roundtown kann das Geld tatsächlich aktuell gut gebrauchen. Der Aktienkurs ist brutal stark eingebrochen und Roundtown ist in einer wirklichen Krise. Die Zinsen steigen und der Gewerbeimmobilienmarkt hat vor allem mit Abwertungen zu kämpfen. Wir sehen das schon in einigen Ländern und das ist auch hier in Deutschland, ähm, ja, nicht ausgeschlossen, dass es hier noch deutlich tiefer gehen könnte bei der Bewertung von Gewerbeobjekten. 1,1 Milliarden könnte man also seitens Center, äh, seitens, ähm, Roundtown hierfür einige Centerparks in Europa erlösen. Das Ganze würde auf jeden Fall Liquidität ins Unternehmen bringen, aber natürlich nimmt man sich dadurch auch, äh, Einnahmen und der FFO könnte unter dieser Transaktion leiden. Eine Milliarde oder 1,1 Milliarden wäre allerdings eine sehr, sehr hohe Transaktion, die Roundtown viel finanziellen Spielraum, ja, ermöglichen könnte und dementsprechend muss man sagen, klar, Verkäufe sind immer nachteilig, was die zukünftigen Mieteinnahmen und dann auch die zukünftigen Dividenden angeht, aber wenn man das Geld vielleicht klug einsetzt seitens Roundtown, könnte man damit durch die Krise kommen. Wie bei den anderen Themen vorher auch, würde mich hier eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, der Deal geht durch, man findet hier einen Käufer, der über 1 Milliarde bezahlt und, ähm, wie seht ihr generell diesen Bereich? Sagt ihr eigentlich Tourismus, das hätte man vielleicht im Portfolio behalten sollen oder sollte man nicht verkaufen oder sagt ihr, es ist jetzt einfach wichtig, Liquidität zu bekommen? Zum Schluss dieses Podcastes schauen wir auf, äh, Roundtown und zwar auf die kommenden Q1-Zahlen. Nun, man plant also weitere Verkäufe, das haben wir gerade gehört, aber jetzt wollen wir nochmal auf den, ähm, Ausblick auf die Q1-Zahlen gucken beziehungsweise worauf muss man jetzt achten, denn Ende des Monats, am 30. Mai ist es soweit und an der Stelle, wie immer, die Ankündigung am gleichen Tag gibt es dann hier natürlich auch das ausführliche Update-Video zu den Zahlen, in dem Fall dann von Roundtown und den Q1-Zahlen. Der Aktienkurs, der sieht wirklich nicht gut aus, man war teilweise noch vor Corona unter, äh, über 8 Euro, jetzt ist man unter einem Euro angekommen. Auch die letzten Wochen, die sahen wirklich, wirklich schlecht aus und dementsprechend bleibt es sehr, sehr spannend, was jetzt am, äh, kommenden Dienstag passieren wird, am 30. Mai, wenn man die Bücher öffnet. Generell schauen wir mal einmal zurück und zwar auf das Jahr 2022. Was konnte man da noch vor einigen, ähm, ja, Wochen, Monaten vermelden? Und zwar hatte man im Jahr 2022 tatsächlich die Mieteinnahmen steigern können und zwar um 13% Year-on-Year, das sogenannte Net Rental Income auf 1,2 Milliarden. Also das war schon wirklich ordentlich. Beim Mietwachstum 3,5%, die man hier zum Dezember 2022 ausweisen konnte. Das Ganze für ein Gewerbeimmobilienunternehmen im hochinflationären Umfeld. Jetzt nicht sonderlich der Brüller, aber man muss dazu sagen, dass auch die stärkeren Mietsteigerungen erst zum Jahresende durchgeführt werden konnten oder noch kommen. Dementsprechend ein akzeptables Ergebnis dafür, dass ja auch der Hotelmarkt noch lange Schwierigkeiten hier bereitet hat. Der FFO, der ist um 3% hochgegangen, Per Share sogar um 10%. Warum hier so eine Diskrepanz? Nun, Routon hat im vergangenen Jahr noch viele Aktien zurückgekauft und dementsprechend ist hier der FFO 1 Per Share auf 33 Cent angewachsen. Letzte Kennzahl, die für uns spannend ist, nämlich der Ebra NTA, der lag Ende des Jahres bei 9,30 Euro pro Aktie. Bedeutet, wir bekommen aktuell eine Aktie von Routon für unter 1 Euro. Hier hinter steckt aber ein Immobilienwert von 9,30 Euro. Das zumindest die letzten Zahlen, die uns bekannt sind. Und dieser Immobilienwert pro Aktie, den werden wir ganz genau beobachten, wenn am 30. Mai dann die Bücher geöffnet werden, wie sich das Ganze hier entwickelt hat, ob man hier eine Neubewertung des Gewerbeportfolios vorgenommen hat. Das Thema Verschuldung, das ist natürlich weiterhin ein ganz, ganz wichtiges. Die letzten Zahlen hier zum Fiskaljahr 2022, Loan-to-Value bei 40%. Wenn man das Ganze mit dem Ebra Loan-to-Value nimmt, da sind dann die Perpetual Nodes mit dabei. Da sind wir bei 55%. 55% Ebra Loan-to-Value, das ist schon ordentlich. Und um den Bereich Perpetual Nodes muss man sich hier bei Routon definitiv kümmern. Generell hat man hier damals noch gesagt, man hat 5 Jahre durchschnittliche Laufzeit beim Fremdkapital. Und wichtig natürlich das Rating. Das ist aktuell bei BBB Plus bzw. bei Stable. Aber auch da ist es jetzt wirklich so, dass man sagen muss, hat man da noch alles soweit im Griff. Denn hier eine Abstufung beim Rating. Das könnte am Ende für Refinanzierungen dann sehr, sehr schmerzhaft werden. Da könnte es dann teurer werden, wenn man hier eben das Rating verlieren würde. Für Immobilienaktien ist es also von großer Bedeutung, das Rating zu behalten, um hier eben weiter gut operieren zu können. Wenn jetzt am 30. Mai die Bücher geöffnet werden, dann gibt es einige weitere Punkte, auf die wir schauen müssen. Ein Thema allerdings, das ist so oder so erstmal außen vor. Ich blende es euch in den Hintergrund nochmal ein. Nämlich die Dividende. Man hat nun soweit alles bekannt gegeben für die anstehende Hauptversammlung bei Roundtown, die dann auch bald folgen wird. Und für das Fiskaljahr 2022, das war ja schon bekannt gegeben worden, wird es keine Dividende geben. Mein aktueller Ausblick, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht bei Roundtown, dass es 2023 eine Dividende geben wird. Also für das Jahr 2023. Dann kann ich mir aktuell nicht vorstellen, in Roundtown hat wirklich zu kämpfen, im Gegensatz zu dem ein oder anderen Unternehmen in diesem Bereich. Aber wer weiß, wenn hier zum Beispiel die 1,1 Milliarden tatsächlich erlöst werden könnten, dann hat man sich hier deutlich Luft verschafft. Dann kann das auch schon wieder anders aussehen. Aber das Thema Dividende, das beschäftigt uns bei diesem Unternehmen erstmal nicht weiter. Denn andere Themen, die stehen im Vordergrund. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Verschuldung beispielsweise. Und hier ist Liquidität wirklich wichtig. Mit den letzten Zahlen hat man veröffentlicht, dass man bis zum Jahresende 2025 hier soweit die Refinanzierungen vornehmen kann. Man hat die, ihr seht es auf der rechten Seite, 2023, 2024, da hat man gar nicht allzu viel, was man hier entweder prolongieren oder zurückzahlen muss. 2025 wird das dann schon deutlich mehr. Und wenn wir hier ins Jahr 2025 schauen, dann sehen wir, was eigentlich so ein Erlös von 1,1 Milliarden, wenn dieser Center Park Deal durchgeht, bedeutet. Und zwar sehen wir das sowohl im Q1 als auch im Q3 2025. Da sind wir in Summe bei rund 2 Milliarden. Also hier werden allein in zwei Quartalen jeweils plus minus 1 Milliarde fällig. Und da, ja, hat man dann schon ordentlich zu knapsen. Das heißt, man muss hier weiter Liquidität aufbauen. Sicherlich auch einiges prolongieren, zu höheren Zinssätzen dann. Aber zumindest zum aktuellen Zeitpunkt könnte man das alles noch irgendwie bezahlen. Was aber hier ebenfalls ein Punkt sein wird, der uns dann auch bei Roundtown beschäftigen wird, ist der Verschuldungsgrad, der sogenannte Loan-to-Value. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, der EPRA Loan-to-Value über 50%. Und wenn hier jetzt natürlich noch der Immobilienbestand immer weiter abgewertet werden muss, dann wird hier dieser Loan-to-Value deutlich steigen. Und am Ende muss man einfach hier Refinanzierungen auch zurückführen, um hier dann wieder auf einen, ja, geraden Pfad zu kommen und um diese Kennzahl wieder runterzubringen. Ich bin gespannt, wie am 30. Mai diese Zahlen aussehen werden mit Blick auf die Verschuldung, auf den Verschuldungsgrad. Bin aber ebenfalls gespannt, was dann bei der Veröffentlichung der Q1-Zahlen im Hinblick auf die Immobilienverkäufe genannt wird. Nun, wir haben es ja jetzt erfahren, was zumindest im Bereich Centerparks geplant ist. Aber wie sah es eigentlich hier im vergangenen Jahr aus? Insgesamt konnte man 1,6 Milliarden erlösen. 350 Millionen konnte man nach Kosten an Profit verbuchen. Und man hat das Ganze zum Book-Value, also zum Buchwert verkaufen können, laut Roundtown. Vor allem hat man sich auf den Verkauf von Büroliegenschaften konzentriert. 38% Offices, dann kamen Hotels, dann der Bereich Retail. Aber, Entschuldigung, Retail ist hier noch stärker gewichtet als Hotels. Und ein ganz, ganz großer Bereich, 26% Development and Invest. Also vor allem hier eben Entwicklungsprojekte, Grundstücke, die nicht bebaut sind, bebaubar sind, wo vielleicht gegebenenfalls schon ein genehmigter Bauantrag vorliegt, aber wo man selber eben nicht mehr handeln möchte. Man hat vor allem in Berlin verkauft. Da ist man ja auch sehr, sehr stark vertreten. Man hatte ja auch noch hier ein weiteres riesengroßes deutsches Unternehmen aus dem Gewerbebereich TLG übernommen. Zumindest der Gewerbebereich der TLG war ja damals auch irgendwann mal ein öffentliches Immobilienunternehmen. Da hat man viel in Berlin übernommen. Hier hat man jetzt auch viel verkauft, aber auch in Dresden beispielsweise. Und 25% aller Verkäufe waren im sogenannten Non-Core-Bereich. Also eben in Bereichen, die man sowieso als nicht so wichtig ansieht. 2023 konnte man bis zur Veröffentlichung der 2022 Zahlen 150 Millionen zum Buchwert erlösen. Aber hier sind die Kosten natürlich noch nicht mit abgezogen, die für die Verkäufe notwendig waren. Das Ganze bleibt also spannend, wie man hier im Bereich der Disposals, also der Immobilienverkäufe, weiterverfahren ist. Da erhoffen wir uns dann mal mehr, denn wir haben dann ja bereits Ende Mai. Fünf Monate sind also um und da kann man sicherlich schon mal einen gewissen Ausblick auch auf das Gesamtjahr wagen. Thema Ausblick wird uns ebenfalls beschäftigen, denn die Guidance für das Fiskaljahr 2023, die steht zwischen 300 und 330 Millionen an FFO1, macht pro Aktie 27 bis 30 Cent. Und tatsächlich sagt man ja, es könnte eine Dividende geben, 20 bis 23 Cent je Aktie, was bei unter einem Euro eine unglaubliche Dividendenrendite aktuell von rund 25% entsprechen würde. Aber Achtung, Dividend per Share Sternchen steht natürlich in den Unterlagen von Roundtown. Und so sagt man, dass natürlich die Marktbedingungen am Ende Bedingung sind, um hier überhaupt oder ob man eine Dividende ausschütten wird. Das Ganze soll dann hier von der Hauptversammlung im kommenden Jahr beschlossen werden, beziehungsweise wird man natürlich seitens des Vorstandes einen Vorschlag machen. Das aktuelle Niveau der Aktie zeigt ganz klar, es wird hier keine Dividende in der Höhe geben, denn dass wir hier tatsächlich rund 25% Dividendenrendite aktuell haben, das ist unrealistisch, wenn die Börse tatsächlich diese Dividendenzahlung sehen sollte und hier ein Überleben des Unternehmens zusätzlich, dann wäre der Aktienkurs deutlich höher. Man hat mit den steigenden Zinsen und natürlich auch mit den Abwertungen im Gewerbebereich zu kämpfen. Deswegen umso spannender, wenn wir dann am 30. Mai gemeinsam in die Zahlen schauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten die Updates zu den Zahlen von Vonovia, von Grand City Properties ganz aktuell aus der vergangenen Woche, LEG Immobilien und THG Immobilien, da sind die Zahlen ja bereits raus zum ersten Quartal. Die Updates findet ihr hier auf dem YouTube-Kanal, einfach auf Börsenbrudi klicken, am besten natürlich vorher auf Abonnieren auf Videos und dann findet ihr dort die letzten Videos zu eben auch den aktuellen Quartalszahlen. Ja, was haltet ihr von der Roundtown? Was haltet ihr von den Zahlen aus dem letzten Jahr? Was glaubt ihr, wie geht es hier weiter? Am 30. Mai wissen wir dann mehr und an der Stelle möchte ich mich fürs Zuhören wie immer bedanken und wünsche euch eine gute kommende Börsenwoche mit hoffentlich grünen Vorzeichen und ja, verabschiede mich an der Stelle, macht es gut, bis zum nächsten Video hier dann am 30. Mai.